Heute schauen wir uns die Windows 11 Benchmarks zu meinem kürzlich vorgestellten NR200P ITX Bild an. Wenn ihr jetzt nicht wisst, welchen Bild ich meine, dann klickt hier oben rechts, da gelangt ihr zu diesem Bildvideo. Um genauer zu sein, schauen wir uns folgende Benchmarks an. Zum einen Cinebench, Timespy, Port Royale, Firestrike, Shadow of the Tomb Raider und neu hinzugekommen Superposition. Am Ende des Videos dann auch wieder die grafische Zusammenfassung der Ergebnisse. Dort seht ihr auch zum Vergleich die Ergebnisse des Lienli O11 XL Builds. Auch hier oben rechts klicken, wenn ihr das Bildvideo sehen möchtet. Wie immer gilt, bei Fragen, Kritik und Anregungen schreibt es doch einfach in die Kommentare. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.